Zereddemann, einmal, zweimal, noch nicht geklärt. Da ist die Chance für Kowilanski! 1-0,60! Guter Einsatz von Skanderovic schon mal, dann Lexi Kowilanski, schön vorgelegt und der haut ihn eben oben in den Winkel rein. Hat diese Qualität, das ist eben, wenn du es in der Lage bist, den Spieler zu verpflichten, dann machst du eben auch solche Tore. Wichtig von Skanderovic, gut vorbereitet von Lex, überragend abgeschlossen von Kowilanski.